Und da bringen wir jetzt gleich ganz viel Farbenkraft und Licht in die Mikrofarming-Welt. Einem Slowflower-Vortrag und die Blumen, die sich wunderbar anbieten, entweder als eigenes Betriebskonzept oder eben vielleicht auch zur Integration in den bestehenden Gemüsebaubetrieb. Viel Spaß! Als ich gestern die ganzen wunderschönen Gemüsebilder von Daniel Mais oder auch von der Tempelhofführung gesehen habe, hat es mich schon so ein bisschen in den Fingern gekribbelt. Weil ich stehe normalerweise dort, in diesem Blumenfeld oder in einer ehemaligen Metzgerei. Warum, erzähle ich euch gleich. Ich bin Morlin, Gärtnerin und Gründerin von Wildlingblumen. Kurz, was ich jetzt hier mache. Mein Betrieb, die Eckdaten, mein Weg in die Landwirtschaft. Was sind überhaupt Slowflowers? Das fiel gerade das Wort. Hä? Erzähle ich kurz was dazu. Meine persönlichen Herausforderungen und Chancen. Meine Top-5-Kulturen. Und ein weiteres Standbein von mir, die Veranstaltung. Da versuche ich jetzt euch mal die nächsten 20 Minuten. Also hier seht ihr den Betrieb, mit dem ich angefangen habe. Die Fläche, also ich habe mitten in die Pandemie reingegründet. Im März 2020 stand ich mit meiner Mitarbeiterin auf meinem Blumenfeld. Die Narzissen um mich herum fingen an zu blühen. Und dann war 17 Tage später der Lockdown. Und ich lebe aber noch, mein Betrieb. Ich erzähle euch gleich, was ich so gemacht habe aus der Situation. An sich ist das die Fläche hier. Gerade eben habt ihr schon den Schwarzwald gesehen. Ich bin genau zwischen Freiburg und Basel im Weinbau-Klima. Und habe da einen sehr guten Lössboden, mit dem ich arbeiten darf. Allerdings keinen Wasseranschluss. Das sind jetzt hier die 6.000 Quadratmeter, die ich gestartet habe. Ihr seht da, ich habe 8.000 da stehen. 2.000 habe ich nach der ersten Saison noch dazu gemietet für Pfingstrosen. 1.300 Pflanzen, die aber erst in den nächsten Jahren dann in Ertrag kommen. Die habe ich hier nicht auf dem Foto. Hier seht ihr, ich habe ungefähr je ein Fünftel Dahlien, Frühlingsblumen und Stauden. Und dann zwei Fünftel einjährige Sommerblumen. Genau. Ich habe das Glück, dass knapp die Hälfte der Fläche mir gehört. Und die andere Hälfte ist gepachtet. Ich bin nicht alleine. Ich habe, wie gesagt, von Anfang an mit einer Mitarbeiterin gestartet. Ich habe inzwischen sechs Teilzeitkräfte. Zusammen mit meiner Vollzeit-AK sind das 2,2 Arbeitskräfte, die auf diesen 8.000 Quadratmetern arbeiten. Ich habe neben den Flächen noch einen Bauwagen, wo ich das Material habe. Ein Glashaus, was ich hauptsächlich für Veranstaltungen nutze. Und dann noch diese Metzgerei, von der ich gerade gesprochen habe. Das hat sich sehr gut ergeben, dass im Dorf bei uns die Metzgerei zugemacht hat und ich die Kühlräume mieten konnte. Weil das ist bei Blumen schon ziemlich elementar. Das ist ja sowas, was geerntet wird und vermarktet werden muss. Und wenn du dann noch einen Kühlraum hast, ist das schon mal gut. Und das ein bisschen zu strecken vielleicht auch mal. Ich mache die Anzucht, habe ich die Möglichkeit, in der Gärtnerei, wo ich vorher gelernt habe, gearbeitet habe, mit mich einzuklinken. Das ist sehr praktisch, weil es einfach professionelle Bedingungen dort sind. Genau, hier seht ihr so ein bisschen, wie ich meinen Umsatz aufbaue, die verschiedenen Standbeine. Ich vermarkte hauptsächlich die Endkunden, Direktvermarktung. Ich habe ja gesagt, ich habe in die Pandemie reingegründet. Ich hatte eigentlich ganz andere Pläne, aber ich bin jetzt im Online-Versand gelandet, weil als ich gegründet habe, alles zu war, was ich geplant hatte. Floristen waren zu, Restaurants waren zu, die Bio-Läden waren alle super vorsichtig, ob sie auch demnächst irgendwie Einschränkungen haben. Und ich stand in meinem blühenden Feld und habe dann netterweise Follower gehabt auf Instagram, die gesagt haben, schick mir welche. Und daraus hat sich die letzten drei Jahre ein sehr dankbares Standbein entwickelt mit dem Online-Versand. Kann sich aber auch wieder ändern die nächsten Jahre. Mein Ziel ist nicht, der Bio-Blumenversand Deutschlands zu werden. Das ist eine Brückenlösung gerade. Genau. Ich vermarkte auch an Direktkunden, die Hochzeiten zum Beispiel feiern oder große Feste. Da gibt es in einer Weise Blumen zum selber dekorieren. Ich mache keine Floristik. Auch meine Sträuße, die ich online vermarkte, sind nur lose aneinandergelegte Blumen, die sie dann selber zu Hause arrangieren. Und ich habe seit diesem Jahr einen Feldstand. Der war toll, auch für die Außenwirkung, dass die Leute überhaupt mal sehen, was passiert da. Genau. Floristen sind nur 13 Prozent. Hatte ich anders kalkuliert. Aber Floristen sind auch ein sehr traditionsbewusstes Klientel. Für die ist dieser Umstieg auf die anders ausschauenden Blumen als diese perfekten Blumen ein Weg, der noch gegangen werden muss. Veranstaltung ist wirklich ein Drittel von meinem Umsatz. Veranstaltung heißt Workshops im Bereich Weiterbildung. Slowflower-Anbau, da arbeite ich auch oft mit einer Floraldesignerin zusammen, die dann das Arrangieren mit den Blumen vermittelt und ich den Anbau so ein bisschen. Das machen wir zweimal im Jahr. Dann habe ich Freundinnenabenden, heißt das. Da seht ihr nachher noch ein paar Impressionen, was das ist. Da kann man sich einen Platz an einer festlich geschmückten Tafel einkaufen und dann Blumenkränze binden. Klingt einfach, ist aber sehr tiefgreifend. Und was habe ich noch? JGAs war dieses Jahr krass. Alle hatten die Hochzeiten aufgeschoben, weil Pandemie war und dieses Jahr war eine Explosion an Festen und JGAs. Und die waren ganz glücklich, einen anderen JGA zu haben als die Escape Room. Oder diese ganzen Sachen, genau. Jungen Gesellenabschied. Wenn man mit Blumen arbeitet, kommt man schnell an diese ganzen Hochzeitssachen ran. Und die Blumenbar, das ist etwas, was ich liebe, weil es eine Win-Win-Situation ist. Ich verkaufe online Tickets, maximal 15 pro Veranstaltung und die Leute kommen auf mein Blumenfeld und ernten sich selber Blumen. Und es gibt kostenfrei Kaffee und Kuchen hinten am Glashaus. Also es ist ein kleines Erlebnis-Event, oft für Freundinnen, Familien oder wenn man sich was gönnen will. Für mich vom Umsatz her, für die kurze Zeit, sehr gut. Ich nutze das, was da ist. Kann ich nur empfehlen, wenn ihr irgendwie ein schönes Land habt, das noch quer zu nutzen. Ich habe 2011 meine freie Ausbildung angefangen vom Demeter-Verband im Norden, bin jedes Jahr woanders hingehüpft, habe meine Wanderjahre quasi vor meine Lehrjahre geschoben, bin dann bei meinem letzten Betrieb hängen geblieben, bei der Gärtnerei Piloveri und bin da eingetaucht in den Freilandanbau, Saatgutvermehrung und habe einen Markt gemacht. Habe dann aber gemerkt, dass da die Karriere-Türen geschlossen sind, vielleicht weil ich mich in den Chef verliebt habe. Habe also dort keine Möglichkeiten, tiefer diesen Gemüsebaubetrieb zu übernehmen, was aber oft eine Tür ist zu, eine andere geht auf. Und dann bin ich zu dem gekommen, was ich jetzt mache und liebe und da voll reingehen kann. Also genau, habe dann, um mein Wildling-Projekt zu vertiefen, Meisterschule angefangen, Biolandwirtschaftsmeister in Emding, Hochburg Emding und habe da die Auszeit von den körperlichen Arbeiten genutzt, mich in das Thema zu vertiefen. Habe halt alles Mögliche recherchiert und kalkuliert und Steuern mal gehört und Mitarbeiterführung mal gehört. Und genau, war gut und dann kam halt alles anders. Habe aber die Zeit auch genutzt, eine Bauernhof-Pädagogik-Weiterbildung zu machen und von einer amerikanischen Flower-Farmerin, die man schnell entdeckt, wenn man den Weg geht mit dem Bloom. Ein Online-Kurs, der auch super intensiv und toll war, auch aus der Betriebsführungssicht. Dann steht da mit Begründung Slow Flower Bewegung. Zur Flower Bewegung, haben wir 2019 gedacht, es muss doch irgendwie noch mehr Leute als den und den und den geben. Lass doch mal irgendwie uns vernetzen. Und waren dann neun Leute, die gesagt haben, cool, lass mal unsere Wissen austauschen, wie macht ihr das? Also ein Interessenverband eigentlich so. Und sind nach drei Jahren 200 Mitglieder in dem ganzen deutschsprachigen Raum. Deutschland, Österreich, Schweiz hauptsächlich, aber auch Belgien, Luxemburg, Südtirol. Es sind so ein paar Betriebe dabei, sehr frauengeführt. Ich sage mal, wir sind ungefähr 90% Frauenbetriebe und 10% Männer. In der Blumenindustrie sieht es ungefähr genau andersrum aus. Und ja, saisonal, regional, nachhaltig ist unser Motto. Wir schreiben nicht biologisch, weil die wenigsten von uns sind wirklich zertifiziert. Und die wenigsten von uns arbeiten im Vollerwerb. Da seht ihr hier, also Hobby 20%, Nebenerwerb 50% und Vollerwerb 30%. Ich glaube, vielleicht ist der Hobbybereich auch noch gestiegen jetzt in den letzten Jahren. Das sind viele Leute, die sich nochmal umorientieren nach der Elternschaft oder Midlife-Crisis. Und da war nochmal, da einfach, ich sehe ein großes Potenzial in dem Blumenanbau. Ihr habt ja alle mitbekommen, Energiepreise steigen. Das wird auch für die Blumenindustrie ganz spannend werden. Also ich träume von vielen kleinen Blumengärtnern überall, sodass ich auch nicht mehr verschicken muss, sondern die Leute überall zu ihrem Nachbarn Blumenanbauer gehen. Genau, und deswegen sind wir uns zusammengeschlossen und sind seit diesem Jahr auch im Verein Slow Flowers, angelehnt an Slow Food, weil wir versuchen handwerklich zu arbeiten, Menschenmaß und vor allem im Rhythmus der Natur. Und das ist auch für die Floristen total spannend. Ich meine, Valentinstag, es gibt so ein schönes Plakat aus den USA, da steht Why by Roses in February. Und unten hält so eine Person Schneeglöckchen, weil es geht eigentlich darum zu entdecken, welche Schönheit ständig um uns herum ist. Und in der Floristik ist das auch krass. Da gibt es den Steckschaum, der ist einfach so dieses grüne Moos, wo man auch im Kindergarten früher so Sachen reingesteckt hat. Das ist einfach voll der krasse Erdölprodukt, das nie sich ganz wieder verschwinden wird. Wird einfach mal kleiner und kleiner und kleiner. Also schlimmes Produkt. Deswegen frage ich mich auch, ob euer Abfall, den ihr den Kompost grün schnitt, kommt aus dem Friedhofsbereich. Vielleicht müsste man mal danach fragen, ob da auch dieses ganze Scheiß Steckschaum drin landet. Naja, also da ist auf jeden Fall ein großer Wandel auch in der Floristik. Da geht es jetzt viel um, wie können wir diesen ganzen nachhaltiger gestalten. Probleme Blumenindustrie ist ein riesiges eigenes Thema. Könnten wir meinen Workshop vertiefen, mache ich jetzt mal nicht. Hier seht ihr ein paar Impressionen von den letzten Tagen teilweise, aber auch der ganzen Saison aus meinem Instagram-Profil. Ich habe die Schriften weggemacht, weil das würde jetzt ablenken, da steht halt bla bla. Hier ist die Ernte. Gerade habe ich eine Kosmenschwemme und Dalienschwemme. Gott sei Dank nach der Dürre macht es nochmal, bei euch wahrscheinlich auch, dass alles nochmal zuwächst, oder? Also war herrlich jetzt. Hier seht ihr so ein bisschen Versand aus dem Frühling. Da sind hier drei dunklen Narzissen drin. Im Sommer werden die Pakete etwas dicker und etwas weniger. Hier seht ihr, die Sorte heißt Astra Rosé, aber es sind Sonnenblumen. Und ich versuche halt so ein bisschen, mich von diesem Mainstream abzusetzen durch besondere Farben. Da sind wir dann, oder Form, aber da sind wir dann auch schon bei dem Thema Saatgut. Ich habe vorher Gemüse und ein Bingheimer Saatgut-Tütchen gehabt und zack, hat man Tütchen aus Taiwan und sonst wo. Also Riesenfeld, Saatgutanbau, Blumen. Bingheimer Saatgut AG hat das nicht als Schwerpunkt, aber je mehr wir werden, desto interessanter werden wir als Zielgruppe. Ich arbeite auch mit dem BCS 740, glaube ich, habe eine Kreise, Ecke und ein Mulchgerät und mache damit inzwischen meinen Anbau komplett. Ich brauche keinen externen Lohn, Leute, die da mal irgendwas machen. Das ist ein herrliches Gefühl. Ja, ich habe viel dieses Jahr versucht mit Gründungung zu arbeiten. Wie gesagt, ich bin in der dritten Saison und vor, bei der Gärtnerei Piloveri, war alles aufgegliedert in verschiedenen Rädchen. Der kann das gut, der kann das gut, der kann das gut. Ich lerne jetzt gerade nochmal auch Gründungung. Finde ich schon, bis man das richtig kann, bin ich noch auf dem Weg. Aber es bringt Spaß, ich finde es richtig spannend. Seit diesem Jahr habe ich diesen kleinen Verkaufsstand, der war toll, habe ich ja gerade schon gesagt, als Außenwirkung, dass die Leute wissen, ach, das ist das und dann kann man einen Flyer hinstellen. Und viele aus der Region haben einen plötzlich entdeckt, was vorher so ein anonymes Internetfeld war, wo Magazine darüber berichtet haben, aber die Region keine Ahnung hatte, was vor ihrer Haustür passiert. Das ist schön, das hilft. Habe aber jetzt gerade diesen Herbstprobleme mit Diebstahl bekommen, werde mir was anderes noch überlegen. Hier ist so ein kleines Video, wir haben gerade die Ranunkeln in die Erde gesetzt. So mache ich halt meinen Instagram-Account und nehme die Leute so ein bisschen mit, dass sie wissen, was bei mir passiert. Und dann freuen die sich auf die Ranunkeln und hat man das dann auch mitgeführt, die Leute, und sie freuen sich. Das ist eine Dahlienernte aus dem letzten Jahr. Hier Regenmonitur, komplettes Gegenteil von diesem Jahr, wisst ihr ja, aber für die Blumen war es ein Traum. Hier ist eine Lieferung an eine Floristin aus Freiburg. Genau, so kann das dann mal aussehen. Herausforderungen und Chancen. Genau, es hat ja immer, auch wenn man es manchmal erst ein bisschen später entdeckt, aber meistens auch an eine positive Seite. Corona hat mich zu diesem Versand geführt, der mir echt den Arsch gerettet hat in der Zeit der Gründungsphase. Die Dürre führt mich jetzt gerade dazu, zu beobachten, was wächst dann trotzdem gut. Ich habe zum Beispiel mega viel gepflanzt und merke gerade, da ich ja keinen richtigen Wasser versorgen habe, also nur mit so einem, da seht ihr das, ach cool, da ist mal ein Bild, so einen Tank habe ich und dann Tröpfchenbewässerung. Ich kann eine Pumpe zwischenschalten, um auch so ein Düstgerät, also eine Brause anzuschließen, aber das ist eine Krücke. Und wenn kein Regen kommt, habe ich echt Probleme und die sind, sagen wir mal, extrem, aber ich habe gemerkt, die Direktsaaten klappen halt viel besser. Also da werde ich jetzt mehr Richtung Direktsaaten gehen, um auch in solchen Jahren, oder auch Sorten anpassen, Prärie, Stauden, genau, um da einfach Blüh in der Fülle zu stehen und die Fülle zu vermitteln, auch wenn es drumherum ein bisschen hart ist. Arbeitspensum, klar, kennt jeder, der gründet, glaube ich. Ich liebe diese Winterpause, die ich im Winter habe, von vier Monaten, also meine Saison ist von März bis zum Frost, das kann mal Ende Oktober, Mitte November sein. Ich habe ja Weinbauklima, ich habe deswegen auch einen Anbauvorteil für viele im Norden, da sind die Floristen dann schon hungrig nach Blumen, aus Deutschland zumindest. Und im Norden wächst noch nichts, aber im Süden kann man es hochschicken, das ist in dem Fall sehr praktisch. Aber genau, ja, Strukturen schaffen, Ordnung, das sind dann die Hebel, wenn man händisch arbeiten will. Trotzdem, klar kommt mit, genau, Mitarbeiter habe ich ja von Anfang an dabei gehabt und finde es einen mega Bereich. Spannend, weil die so ganz anders aufdenken und gute Impulse reinbringen und Sachen ausgleichen, die ich nicht gut kann. Aber es ist auch herausfordernd, merke ich, immer mehr und mehr, auch mit den zunehmenden psychischen Krankheiten. Klar, Depression ist inzwischen kein Tabuthema mehr, aber wie geht man damit richtig um, auch als Arbeitgeber? Spannend. Ich frage mich auch, wie kann man das gegebenenfalls anpassen? Ich fand gestern die Lösung auch total schön, mit mehr Auszubildenden und Praktikanten zu arbeiten, weil die auch so eine Begeisterung mit reinbringen. Das ist ja auch schön für den Arbeitgeber. Genau, ich komme aus dem Gemüse und das ist schon, bis man Blum versteht, einen Weg, weil die haben oft unterschiedliche Rhythmen. Zwei-Jährige, die Herbstpflanzungen, Trockenblumen, also da kann man so, und die Erntezeitpunkte, die Lagerung, dass das alles frisch ist und dem Kunden gemäß noch lange hält und an den Fluristen passt. Also kann man so viel lernen. Das war ein großer, ist immer noch ein Lernfeld für mich. Notizen, Weiterbildung, Helfen da, Finanzierung, ich bin zum Glück kredit- und schuldenfrei, aber bis man so einen Betrieb startet, war es von mir schon auch 60.000 Euro ungefähr, glaube ich. Und wie kriegt man die finanziert? Ich habe Crowdfunding gemacht, habe Existenzgründerzuschuss bekommen, Deutschland hat schon auch tolle Möglichkeiten, da einen zu unterstützen. Habe den Meister-Bafög da reingesteckt und ein vorgezogenes Erbe für meine Eltern. Also wie finanziert man das um? Also mein Leitstern ist Freiheit. Ich hasse einfach Abhängigkeiten und finde es mega schön, dass man Wege gehen kann. Aber gerade in der Selbstständigkeit, dass man einfach selber entscheiden kann und keinen Chef hat, den man fragen muss. Top-Kulturen. Habe ich jetzt mal vier hier, zu denen ich kurz was erzählen will. Hier seht ihr Ranunkeln. Die baue ich in so einen hüfthohen Minitunnel an, ungeheizt. Also schon fast noch Freilandanbau mache ich eigentlich komplett, aber halt diese kleinen Minitunnel. Und gerade Frühling, die Leute kommen so hungrig aus dem Winter. Also wenn ihr Blumen anbauen wollt, sucht euch vielleicht den Frühling auch aus, weil da sind die Leute einfach, den reißen die es aus der Hand, egal was, nehmen. Und im Sommer ist es schwierig, weil alle im Urlaub sind, kennt ihr von den Tomaten anbauen und selber in ihrem Garten was haben. Also der starke Frühling ist top, wenn man den mitgreift. Also Ranunkeln, Anomonen, auch Tulpen und Narzissen. Wobei diese Tulpen und Narzissen werde ich in meinem Kurs nachher noch vertiefen, warum das auch Problematiken hat. Aber ja, so als Impuls. Was ist das? Eine Dahlia. Da gibt es so coole Sorten und so geile Farben und die werden noch mal richtig kräftig im Herbst. Also wenn die Leute wieder aus dem Urlaub zurück sind, kann man noch mal einen starken Herbst mitnehmen. Dahlien sind da toll, Kösanthemen gibt es auch in coolen Farben, nicht nur dieses steife Zeug, was man im Supermarkt sieht. Dann habe ich, ich springe mal kurz hier rüber, das sind ein Symbolbild für Trockenblumen. Das ist tatsächlich ein Bestand von einem weißen Doldenblütlaser im Abi, den ich nicht verkauft bekommen habe. Trockenblumen ist einfach mega der Trend gerade und du kannst dann Ernte, also du kannst gezielt dafür anbauen, Strohblumen, Statizien, alles Mögliche. Aber du kannst auch Ernteüberschüsse, Samenstände dann noch mal im Herbst als kleines Einkommen haben oder im Winter. Also ich versuche so bis Weihnachten alles verkauft zu haben, weil ich dann meine Winterpause für inspirierende Sachen haben möchte oder Planung, Online-Shop korrigieren. Aber genau, Trockenblumen ist eine tolle Möglichkeit. Und das ist hier Pfingstrosen, Symbolbild für Stauden überhaupt. Ich meine, mehrjährige Sachen kennt ihr alle, einmal gepflanzt und man hat einfach eine längere Zeit gut davon. Also gerade Pfingstrosen ist ein hohes Investment am Anfang, aber du hast einfach 20 Jahre lang deine Ernte. Veranstaltung, weil eine Gärtnerei, ein Blumenfeld, eine Farm so viel mehr bieten kann als nur Ernährerinnen im Sinne vom Physischen. Ich habe halt diese Freundinnenabend, das ist jetzt von diesem Herbst, da kommen halt die Leute deutschlandweit teilweise hergefahren, um auf diesem Feld zu sein und da eine Auszeit für sich zu haben. Das ist Wahnsinn, was da für ein Bedürfnis ist, der Leute mal rauszukommen aus ihrem Alltag und in was Schönes einzutauchen und es ist auch irgendwie auf eine Art heilsam. Und die bauen dann sich dann diese Blumenkronen für jede Frau so unterschiedlich, wie wir alle unterschiedlich sind. Das ist auch für mich immer schön. Da spule ich jetzt einfach mal so ein bisschen durch so ein paar Impressionen. Das ist in meinem Glashaus. Also es ist eigentlich, du kannst den Ort, den du hast, nutzen. Du brauchst nur so ein paar Utensilien, die du einfach immer wieder nutzen kannst. Eine hübsche Deko, Sitzgelegenheiten, ein Plumpsklo. Genau, und dann kannst du das, ja, viele Leute mit glücklich machen. Ich habe auch immer nur kleine Gruppen, also ich gehe nie über zehn Leute hinaus, dann ist das eine intensive, intime Größe. Ich habe auch in meiner Bauernhofpädagogik, Weiterbildung gemerkt, ich habe keinen Bock auf Riesenkindergruppen oder so. Also bin ich nicht so der Typ für, lieber erwachsene Frau und Kind werden lassen. Gefällt mir besser. Genau, ist einfach cool, was da passiert mit den Leuten. Die kommen aus ihrem Alltagsstress, es fällt ab und die werden irgendwie, ne? Ich habe das Glück, dass ich mit einer super Fotografin zusammenarbeiten kann, die halt bei mir um die Ecke wohnt. Das hat nicht jeder dieses Glück, aber kann ich jedem ins Herz legen. Wenn ihr, je nachdem wie ihr vermarkten wollt, aber in gute Fotos zu investieren, es ist einfach, da kommt so viel Emotion rüber und ja, genau. Das könnte man, das ist jetzt auch von den Freundinnenabend, aber so ungefähr passiert das auch mit denen, wenn sie ihre Sträuße binden. Also ja, da fällt einem, ja, man kann einfach tolle Sachen bieten. Das ist so ein Workshop, das ist die Anne, mit der ich da, also die Anne von EcoFlowers, die Floraldesignerin. Da sieht man mal, so sieht die Floristik der Zukunft aus, sage ich jetzt einfach mal. Wild, ja, ich finde es einfach mega schön, was ihr macht. Wir arbeiten auch gerne mit hier, also da merkt man so meinen Gemüsekontext, ich liebe es irgendwie so Tomaten oder Lila Erbsenschoten oder Möhrenblüten oder Basilikum oder ich habe auch schon welche mit Karotten drin gesehen. Also da kann man so coole Sachen machen und die Leute überraschen. Hier sind halt alles Blumen von meinem Feld. Ihr seht, ich liebe die Vielfalt. Deswegen bin ich, glaube ich, auch mit zu den Blumen gegangen, weil man da einfach ohne Ende Möglichkeiten hat. Noch mehr als im Gemüse, finde ich. Genau, das ist die Workshop-Absolventen im Frühlingsworkshop. Ich glaube, das war mein Abschiedsbild. Und jetzt noch kurz, wie es weitergeht. Ich habe nachher den Workshop, da können wir das nochmal vertiefen, was ich hier angerissen habe und eure Fragen vor allem Raum geben, falls ihr Bock auf Blumen habt bei euch im Betrieb. Und man könnte bei mir auch Praktikum machen und es gibt diesen Workshop. Und vor allen Dingen gibt es nicht nur mich, es gibt da wirklich diese 200 Leute allein bei uns in der Slow Flower Bewegung. Und die, die wirklich biozertifiziert sind und auch mehr so Richtung Topfkultur gehen und so, die findet ihr in der Vöger auch ganz tolle Betriebe. Also wenn ihr da irgendwie noch mehr Input braucht von anderen Leuten, Slow Flower Bewegung oder Vöger. Das war es jetzt tatsächlich. Vielen Dank. Jetzt können wir eure Fragen noch beantworten. Dank dir. Wir haben Raum für zwei, drei kurze Fragen aus dem Publikum. Ja, gerne kurz und knapp und ins Mikrofon sprechen. Ganz kurz, du hast einen Existenzgründerzuschuss bekommen. Die meisten schließen Primärproduktion aus. Wo bist du da reingerutscht? Existenzgründerzuschuss vom Arbeitsamt. Man muss halt vorher, die Bedingungen sind ja arbeitslos sein und ein Konzept einreichen. Wir haben es auch erstmal abgelehnt. Und dann einfach hartnäckig sein und nochmal probieren und sagen, das könnten wir nicht machen. Und dann geht's. Und noch kurze zweite Frage. Blumen verschicken, dadurch, dass sie ja frisch bleiben müssen. Also das funktioniert gut für dich? Also ich habe da jetzt drei Jahre lang dran rumgetüftelt. Das ist eigentlich ein Betriebsgeheimnis, aber jeder kann es rausfinden, wenn er meine Blumen bestellt. Ich kann es aber auch sagen. Blumen ist, also am besten Fall ernte ich morgens. Die kommen in den Kühlraum, erholen sich von dem Schnitt und von der Hitze und berappeln sich das Saugenwasser. Und dann verarbeite ich sie bis zum Mittag. Da wird es abgeholt von über Nacht, Express-Versanddienstleister. Das heißt, sie sind am nächsten Tag bis um zwölf dort. Das braucht aber trotzdem einen kleinen Wasservorrat und sie dürfen nicht rumschlagen in dem Paket. Sie müssen stabil sitzen. Genau. Das ist mein Trick. Möglichst schnell weg damit. Und mit einem guten Dienstleister zusammenarbeiten. Das kostet dann auch 8,90 Euro für mich pro Päckle. Aber ich kann ja so eine Mischkalkulation machen und dann sieht das für den Kunden nicht so schlimm aus. Und dann passt das schon. Ja. Ja.